Laserstrahl Voll Guck mal Spaß an der Freude, was sie lieg jetzt noch ein bisschen Funktioniert nicht Komme Sie wollte mich gerade Dingensen durch das Laser Was hat sie gekriegt? Ja Komme Okay Boah Das ist unsere Hauptlinie in die London-Kontaminatete-Zone Merks benutzen sie als Training-Ground Ja, Digga Komme Fast Teamwork wie bei Rano und Men-Aure Right then, Combat Basics All Mercs haben eine Primär- und Sekundär-Webben Ich habe eine Karte Was ist Rano? Das ist eine Primär-Webben Nein, das ist eine bessere Karte für den Ah, das ist ein Sky-Ammer Ich habe ihn zum Stipe angebracht Ich habe ihn zum Stipe angebracht Ich habe ihn zum Stipe angebracht Der fällt doch noch drauf rein Ich habe ihn zum Stipe angebracht Also meine Da geht es auf den Speed Wettbewerbe Es ist quoting Was hat er raus Dann hat er aber auch die Finne Das war ich mit weniger Knitzen, glaube ich. Boah, das geht doch nicht. Wehe, jetzt haben wir noch mehr gemacht. Ach, wir haben noch gar nicht fertig. Da, 27. Das ist eine Verbrechheit. 9-11. Oh, sehe ich das jetzt nicht mehr? Hm. Na gut. Sooo, da waren wir rein. Komm, wir schreiben. Nein, wir haben bereits. Die gute Oberschaft hatte gar nichts gerafft. Das wollen die denn vor allem sehen? What? Da ist kein anderes Reifer dabei. Oh, Geil. Oh, Geil. Ich bin auch relativ schnell. Hier ist die schon gekommen, ne? Jetzt Sprint nach dem Schluss. Ach so, ich sehe jetzt hier. Jetzt gehen wir mal. Ah, das bleibt ja. Du musst mehr sprinten. Sprint zwischen den Tarketen für ein besseres Zeit. Das ist genug Räumen und Schäden für heute. Halt auf. Die Moral der Geschichte ist, immer mehr zu gehen. Nicht zu stoppen, ein stationärer Tarket ist ein totes Tarket. Also mach dich ein schwerer Schuss und immer weiter zu den Objektiv. Nein, ich weiß nicht. Gut. Warum spricht keiner. Immer mehr als Chilow. Da ist ein Heiler oder? Ja, ich bin ja schon. Das diskutiert keiner. Ich mach mich nicht. Oh, ich bin jetzt die andere Gestaltung. Dann schlafe er die Garten. Ja, die Garten. Schon wieder viel passiert ja. Du desarrollst du drinnen. Woh. Das ist gut. Dein Freund ist unten, aber du kannst sie zurück in die Aktion, um sie zu helfen. Die Medikern können verabschiedet werden, aber wenn es sicher ist, holen sie selbst. Wenn sie wieder auf ihren Fuß, gib ihnen ein Ammo-Pack, um sie zurück in die Kampf zu helfen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie wir es erzählen haben. Wir haben einen Medikern, erzielt ihre Strafe jetzt. Oh, das Ding rollt, weißt du, hat keine Gegner an sich. Es gibt doch noch einen. Warra, Kombat-Medic, gut zu haben, gehst du an die Med-Base. Du bist ein Medik, also du hast defibs, die deinen Team-Mate schneller helfen. Was? 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 We look back? We look back, but the path is blocked, so get up on the balcony and we'll blow it open. We'll throw the marker to cool in an air strike on the generator. Achso, öööö Komm mal weiter runter Komm mal weiter, komm mal Quattren, das ist das, das ist Quattren bevor du in eine andere Airstrike aber seitdem ich ein generöser Mensch habe ich eine andere Ich habe eine andere Ich habe eine andere Ich habe eine andere Möge Vor allem, komm, komm, wir machen wir einen Airstrike Hörst Jesse Du bist gut Ja, hier, jetzt nach dem Ego Wir haben einen Streben Hier ist der Chatconfirte Oh echt? Jetzt ist das zu Spicky Wir haben eine Unterschiede auf die Buster So, dau ja. Wie soll das jetzt halten? Nice lunch, man. Komm, 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 komm. Jo? Urgh, hm hm. Das war schon das ganze Tutorial? Keine Ahnung, ich hab's nie gespielt, das Tutorial. Das blickt dann ja null weiter. So, äh, ich muss mal den Push-to-Talk hier anlassen. Auf, auf, auf. Brauchen wir nicht. Ich... Öh. Team C, do se, push-to-Talk. Das ist X, ne? Hab ich's ja noch V? Oh, da ist schon die Werbung. ZDF, Sonntag, 20.15. Ich glaube, die Werbung dafür? Mhm, guck gleich iRobot, glaub ich. Gott, oh Gott. Da war ein Browser. Ach Gott, Operation Wildcure. Oh Gott, leh, dass damit keiner mit draufkommt. Ja, 2 von 14. Geht gut genug. Kevin Edge ist schon auf dem Server. Oh, da zeigen sie hier. Gelbe Wand. Tag. Over my young. Over my young. Over my young. Kevin? Uiuiuiui. Äh, rechtsklick auf meinen Namen oder Carsten? Sieht doch nicht ganz alles auf ARD? Warum ist das hier in ZDF? Oder sehe ich das falsch? Nein. Ist doch egal, oder? Ja, aber sieht doch die ganze Zeit auf ARD, oder nicht? Oh, ne. ZDF die ganze Zeit. Was? Fußball gerade. War noch auf ARD.de. Nee. Ja. Ja. Ist ja alles selbe Wumms. Ja. Louis, drück mal Wads of Joints. Dann kannst du wechseln. Äh. Wenn die andere sind, wenn die andere sind, als wir. Als wir. Als wir. Könnt ihr hier einen kicken? Na. Kannst du oder nur. Geht hier relativ schwierig. Sind alle gut erzogen in dem Spiel. Ja. Casual. CS. Ach, keiner ist mal zwischendurch gebotet. Whatsapp 32. Äh. Jetzt bin ich drüber. Yeah! Äh. Äh. Ähm. Hä? Hab ich selber jetzt einen Squad mit drei Leuten oder was? Ja. Du kannst immer zwischendurch wählen, wie du im Spiel möchtest. Alter Schwede. Das ist ja auch nicht schlecht, oder? Oder? Ja. Verrückt. Dreisendfahren. Alle zwei wöchentlich umsonst in der Situation. Ja, ansonsten kann man sich welche kaufen. Wenn man genug Geld hat oder 10 Euro ausgeben möchte. Das ist okay, das ist Fauni hier in beiden. Kann man jetzt den ganzen, glaube ich, wechseln, oder? Ja. Wird schon klar. Nein! Nein! Das ist wirklich Kevin S. Das ist wirklich Kevin S. Komm jetzt runter. Ich bin auch schon drüben. Ach so. Äh. Diese Tante da, die Schwatte, ist ein Medizinmann? Der andere kann so eine... ...irgendwas. Irgendwas. Und äh, du hast... Du hast jetzt einer keinen Airstrike werfen. Also, ich muss sehen. Und dann sollte man nicht umstehen. Genau. Verwechseln. Jetzt müssen wir eine Bombe legen. Ich bräuchte einen... ...den Arzt. Ja. Ja, nämlich. Mit F1, 2, 3... Dann gehen wir wechseln. Hm. Hm. Ja, wie auch. Klick jetzt. Wieso musst du noch drauf? Oh. Moment, der weg. Hey, wir laufen dann vorbei. Ich kann gar nicht mehr laufen. Ich glaube, das Server ist welchen, oder? Ah, ich muss dieses Ding so ausmachen. Ja, ne. Genau. Na, ich glaube, ich bin jetzt runtergeschickt worden. Und wie war's das Spiel? Ja, wie war's das Spiel? Gigantisch war das. So. Controls, please. Ja, dann lohnt sich's jetzt eigentlich auch nicht mehr. Dann warten wir die 2 Minuten noch ab, ne? Ja. 2 Minuten? Ja, dann kriegen wir so... Mission. Hauptmenü ist ja so ein dickes... Da steht der Waiting Mission. Wenn du die Mission machst, das Küsse Credits als Belohnung. Ach klar, jetzt gleich kommt dieser Glitzerschuh raus, ne? Gleich? Ja, ich mach' ihn jetzt gleich irgendwann. Na halt, kaufen wir nicht. Hab' eh kein Geld. Hm. Völlig zu Recht. Äh... Wie kann ich denn machen, dass V nicht mehr... ... dieses komische Blü aufmachen? Rädchen. Kontrolls. Ja, aber da gibt's eben halt diese... Ups. Und dann... Ich hab's jetzt auf B gelegt, also ist es... Oder? Also ich mein' jetzt nicht Push-to-Talks, sondern dieses, ähm... Ja, dieses... ...quick-menü. Ja, ja. Und dann Arzt rufst und Munition. Um da zu blöd zu finden. Aber es gibt es. Weil es ist nicht V gewesen eben gerade. NGS Anti-Cheat. Quick-Knife. Quick-Ability. Wo ist es? Wo ist es? Kompliert? Oh, ich hab' ich X. Anmeldung läuft. So. Sind wir drin. Ah, das sieht ja auch wie eben aus. Besteuerung, testen. So. Ich glaub' das ist da nicht drin, also... Immer wenn ich V drück' kommt das da auch... ...kommt das hoch? Na, man sieht... Global-Sale-Teams... ...robot... Das ist ja wirklich nicht. Nee. Super nervig. Das kann man aber in-game machen. Ich hab's ja auch im Licht. Standard... An sich Bildschirm-Effekt. Uiuiuiuiui. Zuschauertasten. Ist auch kein V. Fortgeschritten. Bist du dir echt sicher? Ich sehe es nicht. Ich auch nicht. Ich weiß, dass man es in Game machen kann, weil ich habe es ja auch umgestellt. Ich habe es nämlich gerade noch mal umgestellt. Was wolltest du denn? Ich habe auf V push to talk. Bei 2 macht man ja dieses Medic rufen und so Kram. Ich habe das auch auf B gelegt, aber ich finde es im Menü nicht, wenn man einfach nur bei das Rädchen macht. Weil ihr müsstet mir eigentlich V anzeigen als Teste, die ist ja auch im Englischen auf mit derselben Brusi. Ich muss erst mal Use Interact auf E legen, weil irgendwann verkack ich es ey. Bei der NTS habe ich es letztens schon wieder die ganze Zeit F gedrückt und habe ich die Tüne nicht aufgekriegt. Ich habe Execution, Support und Bush Hacker. 6.000 Games und Execution. Ehm, also Subi Execution. Lui, was hast du denn für Missionen? Missionen kann man hier machen? Oder steht das bei dir noch nicht in der Mitte? Missionen refill? Bei ihm hatte ich irgendwie eine Mission, die ich da auch hatte. Wo? Er müsste ja vorher schon weggehabt haben, die er noch nicht gemacht hat. Oder kommen die erst nach Level 3 oder so? Ne, ich bin von der Veranda. Oh, der hätte bestimmt gerade schon weg. Sturmkurs? Ist das das? Hast du das? Doch hier, Assault Kurs kann ich jetzt mal, aber das ist auch so, gehört zum Tutorial. Ja. Ja. Schauen wir uns schnell hinterher, Digga. Nein! Halt zu. Halt zu. Oh, mein Menü. Ja, schnell. 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 Hh. Gäh. Oder Gass. Ich kann gerade nicht, ich bin schon gespawned. Oh, das ist ja ganz klar. Ich kann gerade nicht. Äh, richtig. Spiel startet in 10 Sekunden. Ja, aber ich merke, dass es so 1 zu 1 übersetzt ist, das ist ja irgendwo scheiße. Warum kann ich jetzt nur zugucken? Da ist es, Quick Chat. Gibt es einfach nur im Hauptmenü nicht. Ah, X, S, Z, der rafft auch was. Ja, 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 dahinter, los, ja, los, aber jeder. Ich muss die Tränen holen, plötzlich geht es los hier, muss man das drinnen. Ah, ich bin rübergefallen. Oh, gegen euch beiden Experten. Aber musst du gegen uns spielen? Das ist super easy, ey. Ich habe schon wieder die Bombe. Stray Jumping gibt es hier, ne? Doch, du kannst springen und ducken gleichzeitig drücken. Oh! 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 Das klingt ja gut an mir, ey. Der hat doch nicht. Achso, jetzt kann ich dich auch nicht wichsen, ne? Den wie ist er guildartig. Der kann ich so e Grandpa. Der hat doch, was gut gemacht wird. Ich weiß nicht, ich versuche nicht mehr zu defusen. Ja, ja. Mongau. Uuuu Aber jetzt haben wir irgendwo irgendwo was bescheuert Bei U-Barellis Oh, ich hab die Bombe gleich Feuer sie auf! Nein! Wieso schieß... Wieso schießt das Ding nicht? Wieso schießt meine Waffe nicht? Was ist das denn? Ich kann... Achso. Ich war gerade dabei meine Ersteuerung umzustellen. Ich hätte eben... Das soll ja jetzt nur Beheuer sein. Schießen. Schießen, schießen, schießen. Hmm. Nur ein Team-Member. All Team-Member eliminiert. Ground lost. Mhhh. Du kannst auch Double Jam machen wie ein Band oder so. Gehen, Umschreitsprung. Wer? First Blood. Get your medpack. Gehen, um Bungero. Hier kommt der Thunder. Gehen, um Bungero. Hier kommt der Thunder. Wut. Cool. Ah, Leupa. Re-order. Zuka-dottet, okay. Wut. Wut. Ich bin doch völlig überfordert hier ey, brauchen wir einen Online-RK. Haben wir ihn zu fertig gemacht? Ich bin doch nicht überfordert. Ich bin doch nicht überfordert. Ich bin der Handel. Fandler, Fanderewitsch, Tanderovski. Das ist ein Freude für mich. Wir gehen! Oh, ja. Hm. Hm. Das ist doch nicht. Jetzt geht's. Es ist Showtime! Ihr Streit in Kommen! 60 Sekunden remaining. MADIC! Ah, eh zwar auch noch, ne? Kann ich mir eh zwar auch angucken, wie er rum loopt? Naja, naja, naja. Verrücktes Spiel, ey. Wir gehen, wir gehen. Wir gehen, wir gehen. 10 Sekunden zurück. Wer kann es, wir sind hier? Hier. Alle Teammitglieder wurden eliminiert. Wir verraten den Rund. Ja. 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 Na gut. Ja. Ja ich möchte den waren. Ja. Ja. Figuren. und ich bin so scheiße Was ist das denn? Was ist das denn? Wenn du die tötest, dann musst du so lange aufschießen, bis sie so grau sind, weil sonst können die wiederbelebt werden. Okay. Aber ich kann nicht innerhalb des Games wechseln, ich kann nur vorne, also bevor wir spawnen dann quasi, oder? Ähm, du meinst, ja genau, okay, okay, ja okay. Ah, fick dich doch! Also deswegen messert er mich, ne? Ja genau. Nee, der über mir rafft. Ja genau. Ja genau. Wenn die fliegen, brauchen wir sogar eine rechte. Na ihr Pimmels? Ja. Äh, schieb wir an den, so. Jetzt wird es schon Level 15, oder? Mhm. Ob, ob er dumm ist. Das gleiche mal, geh, geh, geh. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Buschhacker, was kann der denn? Was kann der denn? Schütz aufstellen? Das ist richtig gut. Ja, da sollte man es tun. Oh, schief, verdammt. Ah, der hier noch! Oh, nö! Oh, fuck! Geil, wie er denn? Wieso, okay. Ne Glühier? Ja, ich fliege hier noch. Ne, jetzt fliege ich noch. Ne, jetzt fliege ich noch. Deine ist auf, Karre. So, wer jetzt aufgestiegen hier, oder? Scheinlich noch nicht. Ne, und dann doch nicht. Was? Vertrag, was? Ich will hier keinen Vertrag abschließen. Tägliche Mission, ach so. Vertrag, Alter. Steht da, das ist richtig schlecht übersetzt. Muss ich echt mal wieder zurückstellen, das war nix. Sie haben den Vertrag nicht erfüllt. Oh, ne Silberkarte, Buschhacker. Vielleicht. Hm, nice, hab ich auch. Welche hast du die mit dem Arm unten? Weiß ich nicht, wir gehen runter, oder? Ich muss noch bleiben, ich muss noch. Ja, ich muss noch. Oh, ne Silberkarte, Buschhacker. Ich muss auch noch, aber ich muss eben... Ach ne, kann ich auch hier. Ja, Louis ist runter. Ja, Louis ist wieder runter, ey. Kann ich mir das irgendwo angucken? SM43 Strike Objektiv. Ich hab MS 243 Fortified Objektiv. Ich hab MS 1978. Ist das gut? Glaubst du dir keinen, ne? Aber es ist genug frei, du kannst eigentlich gleich wieder aufknecken. Jetzt gleich schon bei Joy noch passen wir hier. Wir sind auch gerade ungerade, das sollten wir hinkriegen. Und wo was? Hier los. Es sind komische Farben bei mir. Ich hab drei blaue und fünf rot. Was? Bei mir ist Don't Waste My Bitch und Strava. Ach, hör doch auf. Gut. Mühe? Louis ist wieder da, ja. Ja, ich bin auch im richtigen Team. Attacker. Execution. Eliminate all enemies and defend the pylons. Was nehme ich denn? Skyhammer war da oder? Das war die stärkste Klasse, man. Wo bin ich denn hinterher? Ist das selten der server im GCS? Kannst du ja einstellen. Brot, ja. Und das hat ein paar mehr knappe Phasen. Bist du dabei schon, oder? Warum sind die jetzt gut? Ja, warte, der Server ist voll. Wo bist du tot, oiler? Was ist denn hier los? Ja, weint ein Einzug an. Ja, geil. Ich ranne in die Molle. Upsala. Was ist denn hier los? Geht. Rame. Nur noch ein Enemier. Ah, quatsch. Wir sind im Rui. Ich bin aber richtig platt, man. Gute Idee. Oh, was für ein Camper, ey. Ja, Mann. Wir haben gewonnen. Guckt euch an, wie schlecht Team Rot ist, ey. So, auf geht's. Ich weiß nicht mal, wo man hinrennen muss, ehrlich gesagt. Wir müssen weder A- oder B-Verteidigen, rings oder rechts. Das ist ein VCS, ey. Voll easy. Voll jeden nervt, ey. Läuft bei dem. Was ist denn bei dem kaputt? Alter, hallo? Was? Die ganzen Granaten und das Ding da hinterher? Kannst du mir nicht erzählen, ey. Hat eigentlich jeder Granaten? Ne. Na, schade. Hickt mich auch genau auf, ne? Boah. Geht auf dein Bett und alle Schäden verletzt. Round 1. PANDA, PANDA drin, in Flasch und keine. PANDA! Na, 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 na. PANDA! Pfft! Okay. So, wollt ihr nicht immer in so'n Airstrike von mir rein, rein rennen, irgendwie? So, gut, gut. Ich will nicht da zustellen. Lothar! Na, ich will eh noch. Go, go, go! Oh, tustellen, das auf geht's mir. Könnt ihr nicht mal einen kicken da? Ich weiß nicht. First Blood! So. Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Ja. Was hab ich denn gemacht eben? Mann. Ich bin völlig überfordert, ey. Hast du das überfordert? Ja. Guck mal hier hinterher mit den ganzen Klicks hier. Muss ich mir auch andere Klassen dann freischalten noch, oder? Ja. Ach du Scheiße. Wie? So. Wir können einen H. die kosten 30.000 Fäils. Und ein paar H. die kosten 50.000, aber meistens 50.000. Verbisschen, äh. Tic-toc! Komm on! ...deutsche Flagge falsch, pronunciation. Publikum. Ja. Ja. ãojka... Wenn sie zurück ausraßen. Oh. Was wird das denn? Hey. Wouldn't war es dran. Ja. Warum? Mann ey, ich dachte ich hätte den Flug reingewacht. Der schießt voll daneben, also unser zumindest. Ja, ich liege bei mir auch hinter der Wand, das ist ein bisschen komisch. Don't raise my time, oder wie das heißt? Ne, SIGBART war das gar nicht. Man kann ja bloß keinen Wall Bank machen. Das Player I wird gleich sterben an seiner eigenen. Ja. Und nun? Es gibt ja verschiedene Loadout-Karten, ne? Ab Bronx haben die dann drei Perks. Danach sind die alle gleich nicht schönere Farben. Ist halt super easy gegen euch hier. Du hast ja dreimal Allround-Karten bekommen von 600. Hat er wahrscheinlich ein paar Mal Ammo gebrobt. 800 Punkte. Ja. Ja, dann zweimal hat er mich angeschockt. Was kann ich denn jetzt hier sein? Ja, Ok. Du bist selbst für Joshybomb. Du bist ein Klumpel-Zettor. Hey. Wir rennen wie zu einem CS. Wie ging, ey? Echt? Pfui! First support, one next week. First blood. Fig! Fag! Fag! Got bullets for you! Need a medic? I just knife him on. ich brauche ich brauche nur ein inwimier ich brauche es kostet sogar 10 und bleibt ich brauche ich brauche ich brauche ich brauche All enemies eliminated. Round 1. Angreifen ist übrigens deutlich einfacher hier. Das ist ja schon ziemlich schlecht, dass wir 4-1 zurückliegen. Na, sorry. Lalalala. Wenn ich jetzt aber diese Sparks noch schille, dann meine ich auch nicht. Dann pack drop. Oh mein Gott, das ist so leckerlich. Mein Gott, das ist so leckerlich. Das ist auch hier. Oh, ich renne auch noch vor rein. Oh, Idiot, ey. Hebt auch keiner mich auf, ne? Was für ein Knife. Ich weiß, wo der eine Sniper gerade war. Ich finde ihn doch nicht mehr. Das ist doch kein Bulli, das ist ein Bus, das ist ja. Das sind so richtig leckere Snacks, ey. Das ist so einfach. Ich bin ziemlich großartig. Scheiße, wo wir sehen! Ja, allerdings... Ich hab's mit diesem Läuble! Das ist kein Läuble! Aber ich habe ihn mit. Ich habe ihn mit dem Läuble! Ich habe ihn mit dem Läuble! nicht mehr Ich hab's geahnt ey Ach, feg dich doch man Wieso war der, ich hab's hier nicht gesehen Guck mal, der hat das irgendwie aus dem Humble-Bundle Guck Wir müssen durch die Mitte rennen, da können wir schneller an dem Haus ausstrengend sein als jeden Wo bist du denn? In dem Haus Wo bist du denn? Wir hinterher hier? Wir in der Mitte durch, hab ich doch gesagt Ja, ich stand schon hinter denen Dann kannst du mir jetzt sagen, wo sie hin sind Ja, okay, okay Ja Ich hab den noch, oder? Ja, sicher Und bin ich tot? Achso Was? Wo kommst du denn hier? Ja Was ist das jetzt? Ja, das beeilt sich, oder? Ja Ja, Luis, sogar wirst du es wieder Seid ihr? Was ist los hier? Oh, wo, 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 wo Alter, ich seh es nicht mehr Und eigentlich ist ein A-Strike Ja 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 Ich bin zu schlecht 60 Sekunden remaining Ich bin zu schlecht Ich bin zu schlecht Ich bin zu schlecht Ich bin zu schlecht Jetzt ist eine Mine rein Ich bin zu schlecht Learn 8, learn to play Aha 2.8 2.8, ne? 2.8 hast du, ne? Naja 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 Kein Video-Signal Wie sauer du bist, ey, vor allem Du bist ein bisschen zurückgesauert Alter, bist du sauer? Was muss ich machen? Nix, ne? Oh, ich brauche immer noch eine Runde Execution Das ist doch nicht der Ernst Das ist doch nicht der Ernst Ich brauche auch noch ein bisschen Was für ein Life Ich brauche auch noch ein bisschen Was für ein Life Heute muss ich machen, Busch, wir kann keinen raus Okay Okay Leifere ich mal Jetzt mal ein bisschen OP mit Ah, dann sind wir mal runter, ne? Hast du? Hacker Warum eigentlich nicht Chriso mehr? Warum immer Hacker? Willi 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 fliegen? Ja Muss ich hier irgendwas auswählen jetzt? Ja, mach mal Was denn? Du kannst deine Mercs auswählen Äh, man kann eben halt seine Mercs auswählen und dann muss man gucken Spore, Sky, Busch Spore, Sky oder so Ja Oh, gut, Luis vom Gegnerteam Wie? Wie kann ich das changen? Das wird ja Wie easy wird das Ich hab euch eben schon weggesnackt, wie Boys Boys, ich hab euch weggesnackt Ansonsten war nichts gesnackt Boys, ich hab euch weggesnackt Der wurde erst mal gepuddelt, Alter Ich weiß auch, wo kein Team mit gespielt hat Der war erst mal direkt der Erste vor mir Und ich dachte, okay Aber sieht man halt, ne? Wieso darf Chriso zu euch? Weil das mal nach Skills sortiert wird Nach Gesicht Deswegen bin ich jetzt im besseren Team? Nach Gesicht und Körperfett wird sortiert Ja Wo ist Edor? Ich glaub, der lebt nicht Ich glaub, das wird erstmal gut, damit ich Edor mal sehe Ich glaub immer noch, dass Louis da kommen wird, der wird am Freitag April, April Dann wird er gepaddelt, Alter Dann wird er gepaddelt, Alter So, auf geht's Auf geht's Was ist jetzt los? Was? Wie geht das Spiel aus? Nee Das kann man nicht sagen Nein Was für ein Live Bei mir steht noch ein Loading bei euch Bei mir auch Bei mir auch Schon ziemlich lange Schon ziemlich lange, ne? Ja, deswegen Es ist zu viel los auf Dirty Bombschiff Ja Glaubst du hier nichts mehr? Glaub ich auch nicht Kann man hier escapen? Ach Also kann man das Ich kann gar nichts machen Ich kann gar nichts machen Boah, was für ein Live Kaum ist der Hacker auf dem Server Na ja Kann man nicht so einen Squad machen, dass man immer zusammenkommt, irgendwie? Es kommt bald Was ist denn das für ein Spiel, ey? Ja, und du? Spiel abwürgen, oder? Ja, ich starte schon neu, ne? Merkst du? Boah Alter, wie schnell hätte er das denn runtergeladen? Kann ja gar nicht wahr sein Nein 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 Nicht das Ja, du hast alles immer so entspannt hier, ey Toni Ja Alles immer so toxic Ah, Moizen Ein Zappen So, auf geht's, auf geht's Warum startet er? Spiel nicht Pay to start game App already running Was sagt er mir jetzt zum dritten Mal? Was für ein Live, ey Anwendung Oh Ich sehe nix Steht das schon, Louis? Okay Ja, richtig nix Oh, hier Operative Case Ich habe ein Case gewonnen, ey Kannst du aufmachen, kriegst du denn eine Loadout-Karte Nice Oben Gucken, was ich bekomme Nein Oh, das muss Level 4 sein, damit ich das Warum kann ich denn nicht rein? Boah, was ist das? Du hast einen Arsenal-Crate bekommen Potential Contents Open Oh Was ist denn die Echse von denen? Alter, ich habe die Sammelkarten hier Hör auf Ja, da kriegst du dann Perks bei und anderen Waffen Jeder Merc hat 3 Hauptwaffen 2 Feuerwaffen Und bei mir heißt das Heißt das Ding Dirty Bomb Sehe ich hier nicht, läuft aber anscheinend Es läuft Ja, Dirty Bomb Shooter Game Arbeitsspeicher So Mir ist das Shooter Game Warum ist Friends Online? Da ist einer, wird bei mir rot angezeigt Warum? Der Wackmann Könnte sein, ne? Aber Bioman hat bestimmt kein Wackmann Oder die haben das nicht So ist das, ne? Ey, kann auch nicht sein Es kann nicht sein, dass er die halbe Friendslist das hat Einladen kannst du dazu jeden auf mich Ja! So komm! Gib ihn nicht, ich muss wieder leveln, komm Was machen die denn da auf dem scheiß Auto? Wie könnt ihr am besten eigentlich auf dem Max Level 6 Server spielen? Snacks Levels Doch, maximal Level 6 Server, dann spielen wir nur Hier, ich hab schon 1300 Credits, was ist los? Auf geht's Pfff Was ist da denn los? Keine Ahnung, das ist Mech-Milio halt Was für ein Live, ey Die Server IP Ja, 72 Das war so auf dem sich Ja, was ist jetzt? Auf geht's hier Ja, ist Ne, ich bin dann hier am Server Der ist mad, oder was? So mad, ey Ich hab ihn so weggesnackt, ey Der hat zwar einmal gepaddelt, aber ich hab ihn aber gleich zweimal zurück gepaddelt, ey Links, rechts Ich glaub, er brauchte noch Execution Ja Ach, guck mal hier, ein leerer Server Barracks, Items, oh Wann kann ich denn hier den Sniper freischalten? Wenn du 50.000 Credits hast Ach, fick dich doch Oder für 10 Euro, sehe ich hier Könntest du machen, wenn du dich spielst, wir sind nicht nur geflamed Ja? Ja, das ist richtig Das ist genau mein Ding, Alter Das ist eigentlich genau mein Ding, dann kann ich mich richtig schön zurückflamen dann immer Ja, wir sind relativ schnell gekickt als Sniper Ach So, was ist das jetzt? Ich bin gejoint, wir müssen hinterher Krisa Schnell Nur vier Plätze, Krisa, schnell Ja, ich sehe aber nicht, dass du irgendwo Wir, die flieken, komm Da auch bist Gib ihm Ach Bis jetzt ist es 5.5 Uhr, ich nehme ich ganz ab Ich reede das Ah, alle sind direkt bei mir, weißt du? Ah, weißt du? Ding ist unlockt, ey Ich würde schon wieder disconnecten Guck mal, bei uns ist es schon voll, die kriegen jetzt noch die noch weiter Ah, Alter, der Server ist voll Ja Wie langsam bist du bitte? Ja, es wird jetzt erst angezeigt Alle haben es halt geschafft Ja, schwierig, weil Louis, ich join mir hinterher Und dann ist Louis hinterher Und dann ist Louis hinterher und das auch Kennst du ja, Louis ist ja auch eine lange Leitung, ne? Ne, ist aber noch ein Platz frei Ja, da können wir Jetzt ist wieder einer frei Ich habe einen gekriegt, komm Kannst Auto-Join machen Dann geht der Auto-Badge hinterher Willi Sieht nicht gut aus für uns Ah, schade Oh, sie macht jetzt ein Ding ins Weg Oh, sie macht jetzt ein Ding ins Weg Oh, sie macht jetzt ein Ding ins Weg Yes Yes, Mann Yes Da, Chrissa Oh, da ist er Oh, ne, dann grüße ich schon neben 2, sorry Na, easy Wo siehst du das? Nice Das geht bei mir rein Ah, wo steht Ach toll So, auf geht's Willi, fliehen Gib alles Louis, ey, wir sind zusammen ein Team Nice, Mann, wir machten eine Pferde Ist zu easy, ey Ey, wie frä's mich hier durch die Gegner Komm, A, D, komm, A Was? Sag mal, verfolgt mich diese Airstrike? Nee, der hat den, der hat das nicht gesehen Laber nicht Laber nicht Laber nicht Die ersten zwei Schüsse kommen irgendwo ganz anders Frisser! Wie kann ich denn spielen? Ah, sieh zu! Ich guck hier nur zu Wie? Du bist zu spät gejagt Achso Oh, der hat einer von Vier oder so Die sind da beide im Haus dann, dieser, keine Ahnung, Ruine da Einer oben auf dem Dach da, runtergesprungen Mh, ja, das ist die Mh, schmeckt das Mh, schmeckt das Louis ist der erste Bade DJ Die kriegen von ihr mit, die Ja. Du bist so toxisch, ey. Das ist so toxisch, ey. Was? Ah. Wieso kennst du denn da so? Hallo? Nein! Hallo! Ey, warum paddelt eigentlich Euler die ganze Zeit alle? Krissa! Ass, ich bin tot. Oh. Du musst mal ein bisschen was raffen. Guck mal hier, 2 im Scoreboard, easy. PressEye4, warte mal. Ich bin raus. Ich bin ein bisschen raus, ne? Doch. Erstmal. Ich bin jetzt zweiter. Ich geh mal relativ schnell nach rechts. Guck mal lang. Krissa, komm! Zieh! Nimm das Messer in die Hand. Nice. Ja, ich krieg Punkte. Munition. Du musst das Spiel länger spielst, bis du siehst, dass du sie wirklich spielst. Bombe, 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 bombe. Fack, 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 fack. Warum das A? Ich weiß nicht, was hier ist. Ah. Pass auf, sie ist ja gekämpft hier wie direkt um die Ecke. Ah, das war nicht. Das war jetzt auch, das ist doch schlimmer. Ah, du bist so ein Spaß, ey. Ulla, schießt mich vom Weiten an. Mach den anderen, mach den anderen Wacken. Wieso hat der eine goldenen... Jetzt grün ist er, ne? Ich hab auch eine Gold-Karte. Doch Kobalt ist halt da. Ne, ne, ne. Kobalt, ja. Das gehen wir mal nicht. Ja. Du kannst Kobalt. Oh, das ist halt eh so, ne? Easy life. Ey, sag mal. Das ist der letzte Spieler und hier krieg ich ihn nicht. Dann lach ich mir doch den Arsch ab, ey. Dann lach ich mir doch den Arsch ab, ey. Oh, das ist der letzte Spieler und hier krieg ich ihn nicht. Dann lach ich mir doch den Arsch ab, ey. Das ist der Oilein. Oilein hätte ihn einfach paddeln können, weißt du? Mach den nicht. Das ist so ein Noob, ey. Na, paddeln? Ich kann keine Spots von Mortalität hier. Oh. Ich geh einmal auf Sniper. Oh, fuck. Oh, oh. Der beste Weg, wenn ich's lose, ist, wenn du nicht ganz ran gehst. Das kann doch nicht sein. Warum bin ich denn jetzt schon tot? Das war ja immer nicht, du schwierig. Ach so, das geht's nicht. Das ist so. Das ist echt SO. wo ist lang da seh ich nix Die Klui noch? Ach Scheiße! Ich weiß nicht, wer ich das nicht tun muss und rennen da wie so ein Behinderter übers Schlachtfeld. Oh Mann ey. Ich weiß gar nicht, wie Louis-Level-Frei geworden ist ey. Ich weiß gar nicht, dass ich so lange gespielt habe. Mal gucken, ich glaub ich weiß nicht, wer landet. Oh, die A lang alle. Wichtig schön. Wichtig schön. Wichtig schön. Wichtig schön. Wichtig schön. Wichtig schön. Zwei Seiten. Ich brauche nen Dock. Ich deck dich da. Der hat ihn auch schon mal so am Geschwil. Hält ihn mal auf. Ich bin tot. Oh Scheiße, hinter dir. Und zwei Leute rein rein. Was ist los? Was ist los hier? Hey, lachen wir doch nen Arsch ab hier. War das einfach. Oh warte. Ich hab den Airstrike da noch in letzter Sekunde raus. Raus geflatscht aber. Das ist meine Lieblings-Map. Ja, komm schnell. Komm. Komm. Okay, komm. Komm, 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 komm. Komm run. Komm run. Komm chunk. Jetzt geht es! Schläge an, Schläge, komm! Schläge, Kressa, komm! Da, der ist er! Den müssen wir uns holen! Ja, du, bleib mal schnell! Fuck! Warum dauert das noch neun Sekunden, ey? Warum dauert mein Firestrike so lange? Das kann doch gar nicht wahr sein! Yes! Easy win! Ja! Ich bin 100% sicher, ich werde hier! Mit meiner Ha... ... 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 humble ... ... ... ... ... ... Sie sind bestimmt irgendwie so Pay-to-Winning-Scheiße an, oder? Ja. Das ist ja so. Ach, ich laber nicht. Ich laber nicht. Dann wird ein Double-Dump. Ich bin froh, dass dann noch eine Wand ist, wenn ich mich hässlich schießt. Was stand da? Ich war irgendwann im Menü. Was stand da? Ich war irgendwann im Menü. Was stand da? Kipp. Endlevel 3, Kipp. Let's go! Das liebe ich. Das ist meins. Hey, die müsste Louis auf den Russen-Server gehen, ey. Der mir eigenen Server ist leider traurig für dich. Was? Wo? Ich hab nicht mal diese Granate gesehen, nur gehört. Nein! Was? 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich hab nicht nur die Granate aufgehört. Was ist das? Fürs Team, Mann. Fürs Team. Ich bin Level-Seven. Ich bin Level-Seven so zusammen. Ich bin Level-Seven so zusammen. Turn it up! 60 Sekunden remaining. Was? Ich bin in Mag. Was? Schön Öl ins Feuer, ne? Wo gehts hier die Party eigentlich? Schau mal, warum hat das nicht gesagt? 2 Meter. Ich hab keine Ahnung, wo wir langen müssen. Ja, Louis, du rennst in die falsche Richtung, glaube ich. 2 MGs nebeneinander aufstehen. Kinsall komm! Das merken sie nicht. Wie jede Runde. Da steht ein Blauer, der wirds erkennt. Das ist der Daungard. Eigentlich wärs geil, wenn sie dann... Ja, ich kann den Jacob positivieren. Ich würde sehen, die was haben. Alter, sag mal. Wo ist mein Airstrike geblieben? Von Poland. Ich hab doch keine Ahnung, ey. Das sind total freaks. Hier, Let's Play Apfel ist da. Ich hab mich verhauen. Verhauen, Alter. Ich hab das aufmessert. Ich hab das aufmessert. Ich hab das aufmessert. Oh, fuck, ey. Oh, fuck. Oh, fuck, ey. Das ist so schlecht, ne? Brennt hier nämlich Falschgeld über einen Surfer, aber ein Flaming-Großer, ey. Das liebe ich. Mit Brawl, Alter, noch eine Runde. Oh, hier auch. Oh, ich hatte fast disconnected. Oh, ich hab eine Gold-Card! Oh, Phantom. Oh, Phantom, bester Charakter. Ja, sag ich ja. Haha, guck mal, wie du dich ärgerst. Das sind krass. Was? Da hab ich auch so gemacht. Was nehme ich? Was nehme ich? Wie kann ich das Team wählen? Ich nehme das auf Phantom und hoffe, dass es nur ein Gegner-Team ist, Alter. Ich messer ihn jede Runde. Hahaha. Ah, 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 ah. Ich weiß gar nicht, was abgeben. Was, meine Mutter? Wo ist Chrissa? Komm. Chrissa. Was ist, was wir machen? Warten. Warten. Ich weiß das auch nicht. Warum kann ich das Team nicht wählen? Oder mit dem Gucken. Der hat mir so eine Eins angezeigt. Ich kann das nicht sehen. Was für ein Eins. Was, Junge, was? Oh, Louis und einer in einem Team. Sieg, du kriegst mir kleine Tipps, wo Louis lang läuft, wenn ich messen kann. Hm. Ich muss mich erst mal durch ein paar Gegner durchschlagen, aber Louis ist eh irgendwo da hinten und rennt und sporen. Alter. Wo ist dieser Endicke? Wie? Haha. Nicht gebeintet. Oh, hier. Ich bin mit dem Olli im Team, ey. Ich renne Olli die ganze Zeit wie die Falschkellen hinterher. Dein Freund und gerade ist auch mal ein Gegner in unserem Team. So sei ich mattig platt. Oh, wir haben drei Phantoms, Mann. Oh, ja. Worum gehen wir lang? Ich glaube, er soll weiter her. Oh, fuck. Wir haben so viele Gegner. Der Fire Strike kann auch in Gebäuden? Ne, ne? Wäre ja Quatsch, weißt du? Puh, gibt's ne Heuler. Nein! Let's Play Apfel, äh, er snackt mich so weg. Schön, Euler. Ich hab dich schön verarscht gerade. Yeah, Mann! Wieso krieg ich ja nicht immer die Bombe, Mann. Das kriegt immer erst ein viel schneller vorne. Meistens liegt es vor dem objective. Du hast nur einen Ball, Mann. Let's go! Bestimmt. Also, das darf ich eigentlich nicht erzählen. Oh, ist das auch im Stittel. Fuck, ich hab dich... Mach ich mich unsichtbar, wenn die Alarm nicht langläuft die Sonne? Ich hab's schon. Ich hab's schon. First Blood! It never gets you! Respekt! Ey, sag mal, wie stark ist denn dieses behinderte Messer, ey? Das ist schlimmer als in CS. 1 wie in CS. Ich hab sogar den Katana aus, macht 90 damage. Ich hab sogar den Katana aus. Ich hab sogar den Katana aus. Ich hab's gegen den Katana aus. Ja, das tut mir, wenn's geht. Ich hab' immer wieder ganz toll. Ich hab' schon Peder. Ich will schon grade einkaufen, ey. Sauberäule, ey! Die wissen nicht, wovon er hin ist, ey. Jetzt kriege ich Eulermann zu gucken. Oh, da hat jemand einen Hedge gekauft. Oh, nein. Hast du doch noch einen Hedge... Ach, einen Shot bekommen, ja. Boah, ich blind wurde. Ich hab die Flasht noch fliegen sehen, oder? Ja, komm. Diesen Amschluss fliege ich nicht mehr. Komm, Louis, du musstest... Alter, du bist so ein Paddel, ey. Rui, gib mal ein bisschen Gas. Besser als ein 38er, easy. Immer noch ein paar Punkte, um the Dawn God zu überholen. Crazy shit! Karambe! Geh doch links. Toller, du kannst da links reingehen. Guck dir Eulern an, der kennt die besten Wege, ey. Geh mal ruhig, jetzt geh mal rechts. Ah! 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 Und er hat die nicht mehr bekommen! Oh, ist das schlecht. Damn! Was ist denn jetzt das Ziel von den ganzen Seiten? Sis! Ihr müsst Bomben bitte, ähm, dass wir dir die Dinger da nicht hochjagen lassen. Du musst dich auf eins draufsetzen und abcampen. Wir spielen hier nach... Ach so. Nach sechs Runden wird gewechselt. Juhu! Oh! Grünendjet, Alter, gar nicht ernst, ne? Nee. Sssss, machen sie Lust. Sack, Körb! Baustelle! Grüße für der Arbeitstag! Reloaden! Grüße mal! Grüße von, äh, Kask. Und von Willi. Und von Willi, alter! Willi Flieten heißt er. Willi... Was? Willi Flieten. Noch mal? Willi Flieten. Äh, ein bisschen, ja. Aber wir können gleich noch das seine gucken. Ein bisschen, ja. Er kennt Willi Flieten nicht, ey. Ja. Die Frage wahrscheinlich bei Euler. Willst du noch... Spielst du noch? Ja, mach das so erstmal. Nur Fragen. Alter, wird das die erste Runde, die ich überlebe? 60 Sekunden remaining. Ist das easy. Alter, was? Guckt euch das an, ich mach ein Screenshot. Neues Hintergrundbild. Das ist doch schon vor Dorn Guard. Du musst ein bisschen flamen, du musst ein bisschen flamen, Alter. Wen? Storm Guard, dein Enemy. Achso, der spielt mit mir. Der flamet der selber nicht mehr. Ja, du musst jetzt flamen, Alter. Aber es ist ja halt ein bisschen flamen, Alter. Du bist ein bisschen flamen, Alter. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Der führt sich halt hier die Punkte, ne? Ja! Fuck! Fuck, wo kommst du denn her? Ja, ja, komm in. Ah, verliegen über die Seite. Ja, guck mal, der war Antrieb. Das will ich denn hier? Oh, na dir. Und dann rechts. Rot. Alter, ist das easy heute wieder, oder? Falschgeld. Na, Falschgeld, ey. Oh, meine Dorn gun. Nein. Sorry, no time. Have your own. Let's go. I have ammo for you. Wo fragt ihr mich, warum ich so freundlich bin? Weil du mich gerade so gelobt hast. Was denn? Was denn? Alter, wie die flieten, ey. Alter, wie die flieten, ey. Kommt der noch irgendwo? Achso, dann kann man auch mal... Achja. Das ist nichts zu verstehen. Wie schlecht. Ach, nein! Ich hör's nur. Ich hab's nur gehört. Nichts. Hier war's. Egal. Ein Schuss. Das war's easy, oder? Schönen Sie mich hinter dir? Siehst du mich? Ja. Woran erkenne ich ob ich die Bombe habe? Die steht gleich oben und steht rechts unter deinem Kuh. Und bei deinem Kuh steht da und du hast die Bombe. Oder du hast die Bombe. Was? Was? Warum bist du im anderen Team? Was? 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 Warum bist du im anderen Team? Was? Oh. Das Snack, ey. Okay. Bis hinten? Aber wie ist es eingepaddelt? Ach, Mann ey. Leute, wir müssen das gewinnen. Wo sind wir da hingegangen? B? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hm. Wie lief die denn da? Oh Scheiße! Hahaha. Hier kommt was. Was? 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 Was ist denn hier? Der denn hat? Ja, siehst du dann. Der Mann. Ich habe doch gesagt. Push schon in die Mitte. Ja. Ich habe sie wieder alle fertig gemacht, ey. Ja. Gib mich auf. Ja, hab ich gesehen. Hahaha. Oh. Oh. Der sitzt bei der Bombe in der Ecke. Dann kommt er mit. Shoot it. Eine Sekunde. Boom. Oh, man geht kicken. Ja. 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 Ach so, dann brauchen wir jetzt bestellen, oder? Hahaha. Okay, bis gleich. Ciao. Ja. Hier ist der Hammer. Hier ist der Hammer. Wie lustlos der ist da. Na, ist krass. Hier, pick this up. Bitte unten keiner. Alter, kommt von hinten. Ja. Wer hat ihn. Geht da nicht hin, ne? Hey. Bessi, von wo? Oh. Oh, doch. Yes, Mann. Yes, Mann. Kriss, ey. Was ist los, ey? Was ist los? Erholungschaft. Level up. Nice. GZ, Alter. Ich habe ziemlich nachgeklickt, Alter. Schon die Chestertur kaputt gemacht, Alter. Ja, dann lass mal Stopwatch spielen. Stopwatch, Stopwatch, hier immer ne Stopwatch. Disconnected. Hm? Ja, ist ja nicht der Hauptmodus hier in dem Spiel. Echt? Ja. 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 Ja, dann lass mal hin. Hin- und Rückrunde. Ein Creditbonus, ey. Barrax. Was ist los? Ein bisschen eng, oder? Ich habe keine Ahnung, was wir als Freispiele. Ja, wir sind ja... 18 von 14 kommt mit dem Nestero. So, was muss ich machen? Schnell hinterher connecten, damit ich auch noch raufkomme. Willi fliegt, ne, ey. Dass ich das noch erleben darf, ey. Ich join dir, ich join dir. Willi! Willi! Willi 14. Alter, ist drauf in dem richtigen Team. Läuft schon mal. Komm! Kann nicht, geht nicht. Oh! Ich bin im falschen Team, ey. Wo ist Chrissa? Ja, ich connecte. Wie denn? Nice! Ach, guck mal. Ich fahre mal. Ich fahre mal. Jo. Der war krass vorhin. Ja. Aber nur eine Runde. Ja. Rapping Train kenn ich auch. Warum eigentlich M3, ey. Du hast doch nicht mal einen M3. Was hast du gesagt? Du hast doch nicht mal einen M3. Wenn ich jetzt keinen habe, heißt es nicht, dass ich in der Zukunft kann. Ach so. Okay. Ja. Ja, ich mach mich auch immer mit einem Porsche 911. Ja. Du musst doch optimistisch sein, ey. Ist das das, wo wir den Panzer verteidigen müssen? Das gibt's über Team Watch auch. Wenn ich das Auto reparieren, dann muss das Auto zu einem Punkt fahren und dann müssen wir eben viel Dinger wegkriegen. Easy winnen, Alter. Ihr müsst das verhindern, dass wir das Auto reparieren müssen. Jetzt kannst du deinen Skyhammer gleich benutzen und immer das Auto fährt. Die Granate da hinwerfen und dann kommt ein Lufteingriff auf das Auto und macht das Auto kaputt. Dann müssen wir es wieder reparieren. Ui, ich lauf dir hinterher. Nice. Jetzt zeigst du mir, wo das Auto ist. Ja, der Flieger ist. Der Flieger ist. Der Flieger ist. Der Flieger ist. Da müssen wir denken, wo ist das Auto? Wow, er regiert schon. Die fährt dann fast. Oh, ey, Medic. Wo ist er? F***! Aber ich weiß nicht, an mir lach's nicht. Das kann ich so sagen. Da hast du schon lange repariert, ne? Achso. Du musst halt mal mehr ein, ne? Raff mal? Da hast du immer was. Hm? Da sind ganz schön viele Kids hier. Die müssen jetzt aufhalten quasi, ne? Mhm. Wo bleibt mein Airstrike denn noch geworfen? Du siehst ja unten immer rechts. Das ist ja eine Zeit für Auflagen, ne? Ah, ich verdrück da nur Headshots oben. Man sollte da anstatt 1 Minute und 5 mal 18 Sekunden stehen. Dann hast du deinen Airstrike. Ui! Wo? Ich hab's nicht mal gesehen. Warum Euler? Warum? Was fällt denn der Panzer mal kaputt? Der ist immer noch nie kaputt. Wenn er nur 18 Sekunden steht, dann hast du einen Rassrike unterliegen. Dann muss er so einen ollen Granat hören. Wird sie mich verarschen oder was? Wir haben hier die Ärztin, die so geil aus Entfernung wiederbeleben kann, ey. Toll, OP. Wir haben eine Ärztin? Oh ja, siehst du schon. Nein. Ich hab die. Ich hab' den 10 mal das Messer in die Fresse gedrückt. Weißt du, was bei dem Geschirr sagt? Was denn von wo denn? Ich weiss das doch nicht. Ah, noch nicht durchfahren. Eigentlich müsste ich noch mal den von hinten Trick anwenden. Ist das passiert? Mh, mh, mh. Ich habe Böse für dich. Pass auf den Weg! Nein! Aber es ist easy, ey. Da ist so ein Trottel gerade durch die Gegend gerannt. Ach so, es war Chrisse! Ha! Ese, wo hat's gut jetzt? Das ist glaube ich nicht. Auf Glauben? Kannst du nur eine Religion errechnen. Kein Spiel. Mann, Alter, das Ding steht jetzt so scheiße. Da steht da mehr Beschissen, als es Positives gibt. Ja, wollen wir machen ja. Ja, klar, 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 klar. Oh, die pushen auch schon. Das Ding steht so beschissen, ne? Wer war das? Wer war das? Ich hasse ihn. Dieser Wichser, ne? Wie kommt der durch die Linien? Ich hab mal gesehen, dass an einem M4 drauf gezielt. Hab mal gesehen, dass er hier steht. Ich hab mich die Gnade, der Schilder umkauft. Wo war denn hier? Ich dachte, er sieht so OP an den Ding, oder? Dachte echt? Wo? Ich hab den nicht mehr... Alter! Wieso bin ich dein letzter? Ich kill die ja doch die ganze Zeit. Echt? Da ist ja nicht genug. Was?! Alter, was ist denn das für ein... Overpowered... Wow! Oh! Was?! Hä, ich hab das nicht mehr, du? Du hast doch nichts mehr! Ach... War ja wohl... Ich würde noch ein bisschen warten, bis ich wieder ein paar Wäne... Aber ich hab mal Angst, der macht ja schon... Krieg ich irgendwo neue Munition her? Jaaa... Du siehst noch mal... Entweder... Und wenn du... Und wenn du... Wenn du... Dann werden die Spiele angezeigt, dass die beiden so kleine Kinder nebeneinander sind. Dann weißt du, wo Munition herkommt. Och, Mann... Ach, wenn ich jetzt im Bild... Was?! Alter, was ist das denn für ein Turm? Alter, der fährt ja gar nicht aus... Der kommt mit so einem Junker-Junker oder so ne Bande hin. Das wissen die meisten nicht. Es ist schön, wenn die Gegner spawnen. Warum stellen die sich denn nicht an den Wagen? Der soll doch eben noch reinfahren. Mann ey, das ist hier in Ernst. Für Louis reicht es immer noch. Er wurde in eine Falle gelockt. Ich kann nur hoffen, dass Louis in dem Spiel nie gut wird. Zurückpflegen ey. Oh Mann ey. Krissler wird schon mal auf keinen Fall. Der sich hier anstellt. Krissler, was los? So gut. Gefühlt hast du mindestens 20 zu 5, oder? Ja, locker. Weg? Oh, kann sehen. Da kommt so ein Kiss, bis zum Bett. Na, der kann da kommen. Jetzt hier nicht auf dich warten. Was denn? Arzzeit. Ne, das Spiel jetzt mal zu drehen hier. Wie? Du bist doch gerade ganz gut dabei. Du musst doch mal eine Flurrolle einnehmen jetzt in dem Team. Was? Wollt ihr dich gerade messern? Ja, wollte er. F*** euch. Ihr seid so eine Spaßbande. Wie lange lebt der denn bitte nach? Boah, das ist doch nicht sein Ernst hier. Geist. Komm ich, äh, spiel jetzt mal ein bisschen mit der Flash Oh, aber nicht blind Ach, ich träg nix mit dem Wir haben mich ja Oh, was? Wieso ist das aber mal ein Messer, ey? Wieso kickt Krissa? Nein! Wieso wollen die Krissa kicken? Ich weiß es nicht Wollen die mich kicken? Ich weiß es nicht Ein Kack-Nubus? Go, Mädels, go, Mädels, go, Mädels Rauch, 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 rein damit Wut? Komme, komme, komme Nice Jungs, jetzt müssen wir es halten Wie schnell geht denn so ne Behinderten-Granaten los, ey? Ich kann die in der Hand halten Ich muss raus Ja, ich hab' bis zwei zählen Ich hab' bis zwei zählen Ist immer fies, ich warte immer so ein bisschen bis so ein Block kommt Und dann ersche-